Mit seiner persönlichen Traumbesetzung gab Clemens Unterreiner am 13. Juli sein Debüt als Intendant der Oper Burg Gas. Bei Donizettes Opernhit L'Elysia d'Amore, Der Liebestrank, der erstmals auf dem Spielplan stand, wurde die atemberaubende Naturkulisse der Burg Gas zum Schauplatz purer italienischer Lebenslust. Unter der Starregie von Karolin Pienkos und Cornelius Obonja und unter der temporreichen musikalischen Leitung von Levente Törö glänzten auf der Bühne die internationalen Publikumslieblinge Maria Nazarova, Paolo Rometz und Orhan Yildiz gemeinsam mit den österreichischen Shootingstars Marta Matscheko und Matteo Ivan Rai. Für das erste Jahr seiner Intendanz hat Clemens Unterreiner Donizettes in Gas noch nie gespieltes Belcanto-Glandstück, Der Liebestrank, ausgewählt, eine unwiderstehliche Liebesgeschichte voller Leidenschaft, Humor und einem Happy End. Mit den Worten Let's Opera, genießen Sie mit uns Oper für alle Sinne beim größten und verstärkten Open-Air-Opern-Festival Österreichs, begrüßte Neointendant Clemens Unterreiner am 13. Juli sein Premierenpublikum. Zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur folgten seiner Einladung, allen voran Landeshauptfrau Johanna Mikleitner, die für eine stimmungsvolle Festivaleröffnung sorgte. Auch Bundesministerin Alma Zadic, BM. Außer Dienst, Werner Fasslabend, Volksanwalt Walter Rosenkranz, Landesrätin, Niederösterreich, Susanne Rosenkranz, Landtagspräsident, Wien, Ernst Woller, Landesrätin, Burgenland, Daniela Winkler, Bezirkshauptmann, Horn, Stefan Grusch, Bürgermeister, Gas am Kampf, Martin Falk sowie Daniela Feli, Christa Kummer, Vera Ruswurm, Thomas Schäfer-Elmaier, Peter Kuellen, Geri Kessler, Ingrid Wendel und viele weitere bekannte Persönlichkeiten genossen Donizettes Sommeroper inmitten der romantischen Babenberger Burg. Auf der Opernbühne des Waldviertels begeisterte das aus internationalen Stars und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern aus Österreich bestehende Ensemble mit großartigen Stimmen und einer immensen Spielfreude unter der Regie von Karolin Pienkos und Cornelius Obonia. Die Liebesgeschichte rund um Adina und Nemorino, die trotz aller widrigen Umstände schlussendlich durch wahre Liebe zusammenfinden, lässt sich praktisch überall und zu jeder Zeit erzählen. Wir können uns aber nur schwer einen besseren Ort als die Burg Gars vorstellen, um diese Handlung darzustellen. Die Naturkulisse ist unglaublich inspirierend und vermag die Fantasie des Publikums auf eine besondere Art und Weise anzuregen, schwärmen Karolin Pienkos und Cornelius Obonia. Star-Sopranistin Maria Nazarova als Adina und der junge österreichische Tenor Matteo Ivan Rasic in seinem Rollendebüt als Nemorino zogen das Publikum als Traumpaar der Oper in ihren Bann. Ich dürfte die Partie der Adina bereits an mehreren führenden Opernhäusern interpretierten. Hier, in dieser wunderbaren Naturarena, gemeinsam mit so großartigen Kolleginnen und Kollegen, ist gerade diese vielschichtige Rolle einfach Genuss pur, zeigt sich Maria Nazarova begeistert. Dem schließt sich auch Matteo Ivan Rai an und fügt hinzu, für mein Debüt als Nemorino hätte es keinen schöneren Platz geben können als in Clemens Unterrainers neuer Oper Burg Gars vor einem so begeisterten Freiluftopernpublikum. In der Rolle des Dulkamara glänzte mit Paolo Rometz ein italienischer Publikumsliebling par excellence. Der türkische Bariton Orhan Yildiz gab einen temperamentvollen Bellcore. Als Janetta überzeugte die hochtalentierte Nachwuchs-Sopranistin Marta Matsceko aus Oberösterreich. Mit dem nötigen Feingefühl und viel Esprit leitete der aufstrebende Dirigent Levente Török, der in der kommenden Spielzeit die künstlerische Leitung des Miskol Symphony Orchestra in Ungarn übernimmt. Das Orchester der Oper Burg Gars im neu gebauten Orchesterhaus. Dieser moderne Holzbau harmoniert perfekt mit der einzigartigen Naturkulisse der Burg und sorgt für einen echten Qualitätssprung in den akustischen Gegebenheiten dieses Festivals, betont Levente Török. Das mit 1300 Sitzplätzen ausverkaufte Auditorium belohnte die fulminante Premierenvorstellung mit großer Begeisterung und lang anhaltendem Schlussapplaus. Ausgiebig gefeiert wurde der Premierenabend anschließend auf der Festwiese. Dabei verkostete Weinliebhaber Clemens Unterreiner mit seinem Team und seinen Gästen auch die beiden Editionen des Opernweins Adina und Nemorino sowie den eigens kreierten Liebestrankcocktail. Mit diesem traumhaften Eröffnungsabend ist ein grandioser Neustart der Oper Burg Gars geglückt, freute sich dabei Bürgermeister Martin Falk. Ich bin überglücklich, dass meine erste Produktion in Gas zu dem erhofften Liebestrank der Herzen geworden ist, Donizettes Sommeropernromanze in Traumbesetzung und ein Orchesterhaus, das eine völlig neue Qualitätsstufe in puncto Akustik möglich macht. All das sollten sich Opernbegeisterte bis 3. August keinesfalls entgehen lassen, so Intendant Clemens Unterreiner. Termine und Karten www.operburggars.at TV 21, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen.